Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute den neuen Hyundai Kona EV zeigen, also den Kona, der 2023 zu uns kommt. Und da gibt es bereits spannende Infos dazu und die will ich euch heute zeigen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim Instadriver. Für alle, die elektrisch fahren möchten, bietet Instadrive ein Rundum-Sorglos-Paket mit einem Fixpreis pro Monat. Zusätzlich kann jeder Elektroautofahrer in Deutschland die THG-Quote über Instadrive anfordern. Ihr zahlt keine Provision und bekommt 100% der Quote. Ja, mir geht es wieder besser. Leider habe ich nicht persönlich beim e-Cannonball dabei sein können, aber Max und Elli haben mich gut vertreten und mir auch alle möglichen Dinge davon jetzt mitgebracht, die ich auch genießen kann. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, gibt es bei uns hier noch zu sehen, obwohl sie damals live waren. Aber wenn es euch interessiert, der e-Cannonball war eine spannende Sache. Den neuen Hyundai Kona EV, den möchte ich euch heute deshalb zeigen, weil wir gerade auf unserem neuen Elektrodrom, den neuen Niro EV, gegen den aktuellen Kona Elektro getestet haben. Dabei kamen so spannende Ereignisse oder Ergebnisse dabei heraus. Das Video müsst ihr nächste Woche unbedingt sehen. Kommt nächste Woche. Es ist auch die Premiere unseres neuen Formates, nämlich Instalympics nennen wir das Ganze. Wir haben mehrere elektrolympische Disziplinen ausgedacht und erschaffen und schicken die Elektroautos einem nach den anderen hier durch. Beziehungsweise vergleichen wir auch sehr ähnliche Elektroautos miteinander, um dann zu entscheiden, welches Elektroauto vielleicht mehr Spaß, mehr Emotionen und vielleicht sogar sicherer ist. Also, den Namen Instalympics, den könnt ihr euch schon mal merken und den Insta-Driver jetzt abonnieren. Jetzt aber zum neuen Kona EV Facelift, welcher ab Sommer 2023 bei uns auf die Straßen kommen soll. Der Hyundai Kona Elektro ist ja bereits seit 2018 bei uns am Markt und er freut sich ja dank der guten Technik und alltagstauglicher Reichweite sowie dem ganz coolen Design großer Beliebtheit am Markt. Auch die Fahreigenschaften finde ich gut und vor allem in unserem Elektroautom hat der aktuelle Kona gezeigt, was er kann. Mehr dazu nächste Woche Dienstag. Mit dem Modelljahr 2021 gab es ein Facelift vom Kona, welches sowohl die Optik, der Front- und der Heckpartie umfasst, sowie leichte Adaptierungen im Innenraum. Die neuen Erlkönigbilder des allerneuesten Kona verraten uns aber schon so einiges, wie der allerneueste Kona aussehen wird und darauf gehe ich jetzt genauer ein. Kia hat ja dem Konkurrenzmodell oder Schwesternmodell, weil auf der gleichen Plattform steht, eNiro, ja bereits ein umfangreiches Facelift spendiert und das Modell dabei auch in Niro EV umbenannt. Da es vom Kona Elektro ja bereits ein Facelift gibt, nennen wir den neuen Kona, der jetzt ab 2023 kommt, auch schlicht und einfach hier mal Kona EV. Auch wenn diese Modellbezeichnung noch gar nicht wirklich offiziell fix ist. Auch noch nicht fix sind die technischen Daten, aber wir können uns schon sehr gut am neuen Niro EV orientieren, da dieser ja auch schon bisher von den technischen Daten fast ident war. So könnte auch der neue Kona EV einen minimal größeren Akku von 64,8 kWh Kapazität bekommen, wobei sich das wohl nicht merklich auf die Reichweite auswirken dürfte, aber die ist ja mit den 484 km laut WLTP eh schon ziemlich gut. Die Ladeleistung dürfte sich leider, wie auch beim Niro EV, nicht erhöhen, zumindest eine bessere Ladekurve beim DC laden könnte Hyundai aber durchaus ermöglichen. Was wohl als fix gilt und das ist eine richtig coole Sache, ist die Vehicle-to-Load-Funktion, die wir auch schon aus dem Ioniq 5 zum Beispiel kennen und beim Konkurrenzmodell Kia EV6 auch gezeigt haben. In diesem coolen Video, das verlinke ich euch hier oben, also alles was man tolles damit anstellen kann, vor allem beim Camping, um einen Tesla Model 3 zu schlagen zum Beispiel. Schaut mal rein, das Video ist ganz spannend. Schauen wir uns aber nun die Optik des neuen Kona EV 2023 an. Da ist innen wie außen vieles noch getarnt, aber auf einer Innenaufnahme lässt sich zumindest sehr stark erahnen, dass hier ein Cockpit wie auch im Ioniq 5 Einzug halten wird. Also zwei Displays für fahrrelevante Infos und fürs Infotainment und Navi. Wenn man das Foto genau betrachtet, könnte es sogar sein, dass die Displays leicht gecurved sind. Von gewissen Details aus dem Cockpit darf man sich aber nicht täuschen lassen, denn natürlich wird der neue Elektro-Kona nicht mit einem Schlüssel gestartet werden, sondern natürlich wird hier weiterhin auf Killers Go gesetzt werden. Man erkennt ja auch links neben dem Lautstärkenregler ein Loch, wo bisher schon der Start-Stop-Knopf war. Das Lenkrad dürfte, wenn es denn auch so in Serie kommt, auch neu gestaltet sein. Doch nun zum neuen Außendesign des Kona EV und das ist spannend, denn hier gibt es doch größere Änderungen. Der neue Kona EV Erlkönig ist zwar noch sehr stark getarnt, aber wir verraten euch hier schon mal unseren Wissensstand. Wir widmen uns zunächst einmal der Front. Ein wenig kann man das Design der Frontscheinwerfer schon erahnen. Hier dürfte in den Grundzügen weiterhin auf die sehr weit oben angebrachten schmalen Tagfahrlichter gesetzt werden, sowie die als eigene Elemente weiter unten vorzufindenden Abblendlichter. An den im Internet kursierenden, nicht offiziellen Entwürfen kann man schon sehr schön erkennen, wie die Lichter dann im Endeffekt aussehen könnten. Auf die vielen kursierenden Renderings gehe ich aber später gleich nochmal näher drauf ein. Schauen wir uns nun die Ladeklappe an, die ja beim Kona Elektro immer an der Seite zu finden war. Die Ladeklappe wandert jetzt, wie auch beim Niro EV, in die Mitte des Frontbereichs und wird natürlich wieder einen CCS-Anschluss haben. Schauen wir uns mal den Erlkönig an von der Seite. Da sieht man, dass speziell der Heckbereich etwas länger als bei den bisherigen Versionen wirkt. Wächst der Kona also womöglich um ein ganzes Stückchen? Nun, offiziell ist das noch nicht, aber die Erlkönig-Bilder lassen das stark vermuten. Die Felgen sind ebenfalls neu, allerdings wissen wir noch nicht, ob es die dann auch in Serie oder im Serienmodell dann so geben wird. An der Heckpartie sind zumindest bei den Stellen, die man ja schon sieht, keine nennenswerten Änderungen zu sehen. Hier wirken die Leuchten auf den ersten Blick so gut wie identisch zu jenen des Vorgängers. Machen wir nun einen genaueren Blick auf die im Internet kursierenden Renderings. Eines davon ist dieses hier. Hier ist zwar augenscheinlich der Verbrenner zu sehen, aber dennoch zeigt das Rendering, in welche Richtung das neue Kona-Design gehen könnte. So wirken die Abblendlichter präsenter, darunter dominieren große Lufteinlässe, die Front, das Design der Tagfahrlichter ist noch schmaler und erinnert uns etwas an den Auftritt des Kia Isol. Ein anderes Rendering kommt von Auto Evolution. Auch das sieht zwar eher nach der Verbrennerversion aus, aber so manch ein Detail wiederholt sich zu dem vorherigen Rendering. So zum Beispiel die noch schmalen Tagfahrlichter. Auch kann man hier recht gut das längere Heck des neuen Konas erkennen, was gleich nach einer anderen Fahrzeugklasse aussieht, mit längerem Radstand. Und auch der Korean Car Block, da haben wir auch einen Rendering gefunden für euch. Und auch hier ist zu sehen die Frontansicht mit den sehr schmalen Tagfahrlichtern sowie der extra großen Abblendleuchten. Und auch bei SRX Design haben wir was gefunden, wo direkt untereinander der neue Kona EV mit dem bisherigen Kona verglichen wird. Hier fällt sofort auf, dass das Modell deutlich kantiger wirkt und damit auch einen sehr maskulinen Auftritt bekommt. Besonders fällt auch hier wieder auf, dass die Heckpartie ein gutes Stück länger ist und sich am neuen Niro EV orientiert. Und was wir bisher noch nicht gesehen haben, ist dieses zweigeteilte Design der Heckleuchten. Aber wie gesagt, das sind nur spekulative Zeichnungen von SRX Design, also noch nichts Offizielles. Dennoch zeigen die verschiedenen Entwürfe, in welche Richtung es beim neuen Kona gehen wird. Und die neuen Erlköniggebilder, die bestätigen das natürlich auch noch in dieser Sicht. Was sagt ihr zum neuen Kona EV? Gefällt euch das neue Design? Schreibt es mir in die Kommentare. Der Hyundai Kona EV wird wie gesagt ab Sommer 2023 in Europa ausgeliefert. Und natürlich wird es das Elektroauto im beliebten Sorglos-Abo, genannt Easing von InstaDrive, geben. Wer nicht mehr so lange warten will, der schnappt sich gleich den aktuellen Kona oder den neuen Niro EV, den wir jetzt bei Instalympics auch ordentlich durchtesten in unseren elektrolympischen Disziplinen. Wie zum Beispiel Recycling Cycle, permanent erregtes Antiblockiersystem, der Reichweitenzerstörer, der bidirektionale Reichweitenzerstörer und vieles, vieles mehr. Das seht ihr alles nächsten Dienstag hier beim InstaDriver. Also jetzt ein Abo, ein kostenloses Abo. Das lohnt sich. Und irgendwo, wo der Abo-Knopf ist, da ist auch irgendwo der Like-Button. Ja, diese Woche Freitag gibt es wie gewohnt natürlich unsere Elektroauto News. Und damit bleibt nur noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!